In Anwesenheit von drei Professorinnen und Professoren, die von unserem Thema viel verständlich in die Impulsreparation halten, ist eine echte Herausforderung. Es ist mir aber nicht vorher eingefallen, dass sie mir jetzt gestellt ist. Ich will auch noch obendrein den Teil von Frau Kuban übernehmen, weil Frau Kuban musste schon nach Berlin zur KfD, der muss um vier Geld gehen, ausfuschen müssen. So habe ich eine doppelte Anforderung. Zwei Reparate unter länger von einem, zwei Impulsreparate zu halten. Ich versuche das einmal in der Mischung zu mischen.